Tadam! Challenge-Runde! Ok, also, der Randy bekommt jetzt vier Zutaten von mir und er muss einfach daraus was machen, was er denkt, was halt richtig ist, ne? Und danach, im Anschluss, wenn er was auch immer da kreiert hat, dann werde ich zusammen mit ihm das ursprüngliche Rezept formieren. Also, wir haben Zutaten, Kokosöl, Datteln, Mandeln und Kokosraspeln. Das ist alles, was ihr braucht. Und, die mal vielleicht, wäre es mir hilfreich, wenn ich sage, was das sein soll, es sind Energy Bowls. Energy Bowls? Ähm... Cool! Ich weiß nicht, wie viel und was ich damit zu sagen soll. Also, das Thema ist Energy Bowls. Energy Bowls, gut. Ich habe eine Tattel und ein Messer. Ähm... So! Das sind meine Energy Bowls. Mmh! Lecker Energy Bowl! Nehmen wir mal an, das werden Kugeln. Ah. Das heißt, ich schneide jetzt Datteln. Mhm. Aus irgendeinem Grund auch immer, würde ich jetzt einfach Datteln schneiden. Ja! So! Das sind... Mandeln! Aus irgendeinem Grund werde ich jetzt Mandeln schneiden. Die kann man nicht schneiden, die lasse ich ganz... Okay! Gut! Und vergiss nicht, wenn du fertig bist, dann kommt das einfach in die Schüssel rein. Einfach in die Schüssel hinein? Ja! Und dann vergleiten wir. Okay! Gut! Ich habe hier mal geschnittene Datteln und eine ganze Mandeln. Angeschnitten natürlich. Ähm... Gehört so und nicht anders. Ich kenne dieses Rezept schon seit 20 Jahren. Habe ich schon seit Kind aufgemacht. Energy Bowls natürlich. Äh... Ich habe hier eine Gabel. Ganz wichtig, dass die Gabel äh... eine Gabel sein sollte. Du kannst doch einen Löffel haben, oder was? Äh... Habe ich in meiner Kindheit auch benutzt. Ich nehme mal an, es ist Öl. Das heißt, wenn ich das einfach da reinschmiere, bringt sich das eigentlich nichts. Ich gebe dir einen Tipp. Einen Esslöffel. Einen Esslöffel? Mhm. Danke für den Tipp. Ähm... Machen wir mal weiter. Ich weiß, was ich jetzt mache. Du darfst aber auch alles... Also jetzt hier richtig verwenden, gell? Also... Ne, ne, ich improvisiere jetzt. Okay. Ich habe hier natürlich das Kokosöl unten aus dem Esslöffel oben. Gehört so, laut Rezept. Okay, warte mal. Da die Datteln eh so picken. Und meine Hände jetzt einmal noch mickiger machen. Geht's mein Händewaschen nochmal schön? Ähm... Ja, wie gesagt, ich kenne dieses Rezept schon 20 Jahre. Kindheit auf jeden Tag gegessen. Ähm... So, ich habe jetzt die Datteln zusammengedrückt. Du die... Du die Mandeln da oben drauf. Schau, dass du schön hast. Okay, ist jetzt das nicht. Egal. Das Ergebnis seht ihr später. Ähm... Natürlich, die komischsten Auswahl dürfen nicht fehlen. So. Hier haben wir mein... Meine... Meine... Meine Energy-Kugel. Meine Energy-Kugel. Mit... Mit einer Mandelspitze. Mit einer Mandelspitze. Ganz wichtig, angeschnitten. Ich glaube, das ist das einzig wahre Rezept jetzt. Cool, okay. Also. Ich muss zum Schneiden schon ein bisschen komisch aus eine Gabel verwenden, weil... ja... Ich komme mir ein bisschen schwer. Aus der Randy will mir da ein bisschen helfen. Aber grundsätzlich... sind die Energy-Bulls... ähm... bestehend mal, dass du die Datteln in kleine Stücke schneidest. Normalerweise könntest du viele Mixer reinhauen. Deswegen habe ich dir vorhin gesagt, du könntest oft alle Geräte nur verwenden. Habe ich ja gewusst. Das war jetzt einfach improvisierte Soil. Ja, ja. Also das muss man auf jeden Fall machen. Aber wenn du keine Mixer zu Hause hast, dann schneidest du sie einfach klein. Der Randy hilft mir jetzt einfach mal. Wenn man weniger ist leider verletzt. Aber wie wäre es, wenn du einfach mal so drei Datteln da schneidest? In kleine Stücke. So. Ja. Das machst du schon sehr gut. Aber wie viele eigentlich vielleicht nicht wissen, ich liebe Kochen. Also am liebsten koche ich Spiegelei, Reis... Und äh... Chicken Wings auf dem Ofen. Jetzt haben wir das mal. Und dann als zweiten Schritt. Nehmt sie mal die Mandeln daher. Genau, ganz wichtig, äh, anschneiden. Und auch ganz fein. Da gibt es einen Mixer rein. Also, wer noch keine Mixer zu Hause hat, der Mixer ist sehr, sehr nutzvoll. Und jetzt? Mandeldust. Haben wir Mandeldust. Oh. By the way, nein. Ich habe keine Mixer zu Hause. Für alle, die es wissen wollen. Dann müssen sie so das Wein schneiden. Der dritte Schritt ist jetzt. Du schnappst dir das da. Das da alles? Ja, ja. Lass alles da rein. Gut. Also die Datteln fügt sie einfach zu den gemixten Mandeln hinzu. Nein. Dann nimmst du einen Teelöffel vom Kokosmuskel. Ah. Ja. Ja. Ein Teelöffel vom Kokosmuskel. Ja, das war halt in meiner Kindheit, weil das nicht immer anders ist. Ja, ja. Und dann, liebe Leute, haut dir das einfach für ein paar Sekunden lang in die Mikrowelle. In die Mikrowelle? Denn dann verschmilzt es und dann kann es besser sein. Besser als Kühlchen. Aber du kannst dir schon mal deins kosten. Mensch, ja, lass ich in den Hundehaus. Okay, ich hätte es gerne gegessen, aber jetzt, wo das gesagt ist, verzichte ich hier raus. Ich glaube, da werden deine appetitliche auch schauen. Wie lange circa? Okay. Einfach bis die Kokosnuss, bis das Kokosnussöl glüssig wird. Gut. Okay, wir gucken, was das Öl ist. Ist ready. Das einfach nur... geht von nichts, es ist Urheil. Gut. Also Vorsicht. Also entweder lässt es abkühlen, liebe Leute. Oder ihr verbrennt euch einfach die Finger. Genau. Dann habt ihr auch so die Finger, wie ich. Nehmen wir einfach so einen Haufen. Ja, genau. Einfach Kügelchen förmen. Genau. Halt es einfach rein. Tada! Und dann tut es jetzt einfach nur irgendwie... Ah! Ah! Ist das bereit? Voilà! Ja. Tada! Wir werden da nochmal meine dazu nehmen. Schauen wir mal mit Randy's. Ich dachte, das schaut eh schon ähnlich aus, oder? Ja, aber mit der Spitze. Seid die Spitze? Nein! Ja, doch! Die Mandel ist weg! Ja! Und für solche Rezepte und mehr findet ihr auf ihrer Facebook-Page. Mhm. Der Breaking with Jack. Seid ihr hier? Eingeblendet. Hier, hier, hier. Oder auf Instagram, Leute. Oder auf Instagram, genau. Wenn ihr Facebook habt's, dann auf Instagram. Ja. Das schaut auch so weihnachtlich aus, eigentlich. Sicher coole... Vielleicht als Geschenk oder als Weihnachtssnack sicherlich schlecht. Wollte ich jetzt gar nicht rausschauen, aber ich plane so Boxen zu machen mit selbstgemachten Keksen. Vollkornkekse und alles mögliche. Und ja, für solche Rezepte und mehr findet ihr auf ihrer Seite am Breaking with Jack. Ja! Hier, hier und hier. Und hier. Und hier. Und jetzt, wenn sie uns zuschauen... Okay, alles nur hier. Mama. Und jetzt? Können sie uns zuschauen, wie wir die Energy Wars essen. Mhm. Das schmeckt aber wirklich gut. Ja. Also wenn ihr für ein Mann ihn wollt, dann mixt es einfach mit Kästchennüssen, Walnüssen, was auch immer. Erdnüsse. Erdnüsse. Ich weiß nicht, Erdnüsse. Ich weiß nicht, Erdnüsse. Ich sage nicht, auch so wieder. Aber... Fokusnüsse. Ich glaube, es passt alles mit da drin. Nussknackern. Mhm. Was? Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr meine Seite verfolgen würdet. Hier, hier, hier. Und hier. Und hier. Und... Ja. Also ich werde... Ich werde einfach, so gut wie es geht, viele Rezepte posten müssen. Nur möglich ist. Ich werde es versuchen. Ich hoffe auch, dass ich euch motivieren kann, dasselbe auszuprobieren. Und... Und... Falls ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, mit ihr, dann schreibt doch einfach in die Kommentare. Mhm. Ein Like und Unsubscribe. Ihr und mir. Wir würden uns rein freuen. Wir könnten Sier-Pudding das nächste Mal machen. Wir machen einen Sier-Pudding. Oh! Ja, genau. Ich kann nicht mehr hin. Und hier. Von... Ok, ich kann nicht mehr, ich werde nicht mehr... Und 8% fåchen. Ich komme alleine dort runter. Ciaooo. Bis zum nächsten Mal.